Hallo ihr Lieben, hier ist euer Oliver. Heute mit dem zweiten Projekt, das ich euch kurz vorstellen möchte für den nächsten Bullrun, um vielleicht ein paar Euro zu investieren, um hier ein paar X zu machen, starte ich gleich mal rein. Diese Videos sind ja alle ein bisschen kürzer. Jetzt möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken für eure Unterstützung für diesen Kanal. Und ich versuche so gut wie möglich und soweit es zeitlich passt, so viel Content für euch eben zur Verfügung zu stellen, dass ihr hier auch einen Mehrwert habt. Das ist, denke ich, das Mindeste an Wertschätzung, was ich euch zurückgeben kann. So, worum geht es heute? Holoride. Abgekürzt Ride. Mehr Nervenkitzel bei jeder Fahrt. Und da gehe ich jetzt mal geschwind runter. Langweilige Autofahrt, noch nie gehört. Es geht darum, dass zum Beispiel über Audi, wie ihr hier sehen könnt, 3D Visual Reality Brillen aufgesetzt werden können und dann über das Auto hier gespielt, geguckt, informiert werden kann. Das klingt jetzt alles einmal ein bisschen skeptisch. Ja gut, aber es ist nicht nur Audi, denn jetzt gehen wir mal in die Produkte rein und ich möchte einfach nur mal einen kurzen Überblick zeigen. Bereit für eine aufregende Fahrt? Hier kommt das ganze Erlebnis. Erstöbern und streamen gelegentliche Erlebnisse, immersive Spiele. Ihr Tor zu Holoride. Etwas Besonderes. Schnallen sie sich an. Und hier sehen wir mal, dass es nicht nur Audi ist. Disney X Audi. Discovery Channel X Porsche. Universal X Ford. Und jetzt gehen wir mal weg von dem Pkw und stellen uns einfach nur mal vor, dass das Autofahren für immer mehr Menschen immer unerschwinglicher wird. Wir sehen ja, wohin die Reise geht. Also, vielleicht Busse, Züge, Flugzeuge. Okay, man steigt ein, man sitzt vier Stunden im Zug und was tut man? Man guckt einen Film oder man zockt oder man spielt und dann kann man einfach sagen, okay, Holoride, das wird die Zukunft werden. Virtual Reality. Natürlich hören wir auch nicht so positive Nachrichten über Mark Zuckerberg und seine Bestrebungen, Virtual Reality aufzubauen. Aber lassen wir das mal außen vor, denn wir reden ja noch einen Schritt weiter. Stellt euch vor, ihr seid im Zug, ihr seid leitend angestellt und ihr arbeitet und habt ein Meeting im Büro. Und ihr sitzt im Zug. Da könnt ihr allen in die Augen gucken, egal wo die sind. Und ihr könnt alles besprechen, was es so zu besprechen gibt. Oder mit euren Familienmitgliedern eine Runde spazieren gehen. Ich habe schon mal des Öfteren darauf hingewiesen, was das denn für die Zukunft bedeuten wird. So, und dann möchte ich gleich mal auf CoinMarketCap gucken. Und da ist der Preis. 0,01469 US Dollar. Also 1,5 Dollar circa kostet jetzt... A Cent. A Dollar Cent kostet jetzt eben ein Token. Und wenn wir uns sehen, kurz nach dem Launchen dieses Projektes, sehr jung. Wir haben hier das All-Time-High am 13.01.2022 gehabt. Also nach dem Peak von Bitcoin. Und da stand der Preis bei 2 Dollar. Aber das ist ja immer so, wenn solche Projekte neu gelauncht werden. Und hier sehen wir dann eben auch die Entwicklung. Und seitdem ist es jetzt runtergegangen. Und hier sehen wir auch, wo er stand am 21.06. Da stand er bei 0,2. Ja, alles nicht so easy. Aber der Bullrun ist eben auch dafür gemacht, dass man dann sehr viele Menschen sieht, die eben in diese Small Caps reinknallen. Ja, und hier auch Nachrichten, CoinMarketCap etc. Und da können wir das mal anschauen. Wo gibt es den Gate.io, MaxGlobal, CoinEx, BitMart etc. Schaut euch da mal um. Alle Links, wie ihr das kennt von mir, in der Videobeschreibung. Ja, der Token, die Mannschaft. Es ist ein deutsches Projekt. Finde ich auch sehr smart. Ja, und dann geht er einfach mal durch und schaut euch das an. Wie gesagt, habe ich es so bekommen. Und das Ding hat schon mal so am Anfang eingeschlagen, dass Computerbild auch bereits darüber berichtet hat. Testfahrt mit Holoride. Wie gut funktioniert Virtual Reality im Auto? Und hier geht es eben darum, dass man dann eben hier zocken kann, Weltraumspiele. Und da haben die einfach mal einen guten Bericht verfasst und das auch selbst getestet. Die waren der Reporter, der das getestet hat. Wie es halt so ist, ihm ist es ein bisschen schlecht geworden. Denn wenn man da spielt, Holoride macht jetzt was ganz Besonderes. Die sagen, okay, so wie das Auto fährt, erkennt das System die Wankelbewegungen des Fahrzeugs und baut es dann in die Spiele mit ein, dass das nicht immer so einfach ist. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Und dann passiert es schon mal. Er war da natürlich im Endresultat nicht zu positiv. Es ist neu. Es ist etwas eben für die Beifahrer oder für Menschen, die sich dann eben chauffieren lassen. Aber wie gesagt, die Zukunft, kommende Metaverse, Mobilität ohne selbst zu fahren, sprich Züge, Busse, Flieger. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet und was es dann noch bringen wird. Ja, das war es jetzt mal ganz schnell von mir. Das war es. Was soll ich noch sagen? Nicht viel. Werdezeit bleibt gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, im dritten Teil. Mal gucken, was ich dann rausfiesel, was ich euch vorstelle. Ich habe noch ein paar. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Nochmal danke für die Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ciao.